ja jetzt kommt folge 2 wieder jawohl er hat ihn weggemacht immerhin hier kommt Horst ja das ist ein schöner Name was von hinten gemessert was war denn jetzt nein ach los Horst ich komm wieder zu dir ja toll was das war kacke jetzt richtig kacke nein oh man ich will auch mal einen wegmachen jetzt hier nur wie viel ich glaub wohl ich weiß was ich komm wieder zu dir granate fliegt ja ja Oh nein, ich leh die mal viel zu spät. Killer-Engel. Mano. Oh, das gibt's doch nicht hier. Nein, oder? Jetzt wollte ich mal ein wenigstens machen, ne? Ja, mach mich gleich wieder weg. 08, ich glaube wohl. 08, ich glaube wohl. Nein, oder? Wieso trippt er mich denn direkt und ich krieg ihn nicht weg, oder was? Nee, nee, nee. Ja, schief ich direkt, wie das wird. Ja. Ein Kill. Wow. Was leckt denn noch? Die Killer-Engel mal wieder. Super Sache. Oh, 1, 10. Gibt's doch gar nicht. Ja, na sicher. Nehme ich auch. Äh guckst. Ja, mental Pull. Ja, genau.